Ups, ach verdammt, auch noch verklickt. Ja, also ich bin wieder da, hab noch eben kurz fix was gegessen und dann können wir gleich weitermachen. Ja, also ich bin wieder da. So, dann kann es ja weitergehen. So. Mein Tablet ist nämlich gerade kaputt. Äh, leer. Muss ich noch einmal eben kurz gucken, ob wenigstens Ton läuft. So. So, wir haben nämlich jetzt das und die drei wollen wir noch. Okay. So. Strip-Doc-O-N-C. Oh, alle Pattern weg. Press geht hier rein. Okay, das muss auch noch hier hinten rein. Ich habe mich nämlich gerade gewundert. Create. Da kommen drei davon. Missing Polish World Squads. Verdammt. Ah, okay. Das ist dann. Das wäre hier ein vier. Okay, wie viel brauche ich denn davon? Oh mein Gott. Das Tablet ist an. Diamant. No Squads. Das Club. Das Brot. Das ist es, was ich hoffe. Also, was brauchen wir denn für Gras? Exporter, dann Crafting Rezepte 4, Speed. So, was brauchen wir denn für Gras? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, ich sollte nicht hier noch. Äh. Gross. Ja. So. Funnel. So. So. Oh. 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 So. Oh. So. Äh. In die andere Richtung bitte. Funnel. Okay. Also wie viel brauche ich denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 14. Pudeln. So. 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 Ja. Ja. Ich kriege keine Seeds dazu, ey. So ein Kack. Okay, dann besuchen wir doch mal eben Kelvin und René, wenn ich die auf der Karte sehe. Okay, okay, wenn ich da... Ah. Moin. Hallo. Na? Ich habe schon mal den ersten Haufen Upgrades. Ah, nice. Die hauen dann Blöcke raus, die sind noch effizienter. Oh, das ist, das ist nice. Ja. Ja, der eine hier, die macht sowieso ja fertige Blöcke hier, die ich schon habe. Die ist für, ähm, Saschne, Bruce, äh, Plant, äh, Leaves hier oben, um das Gewächshaus hier mal eben zu machen. Das sind drei Lampar-Wiesle. Ah. Ah. Ha... Hast du meinen Breeder verwendet? Ja, genau. Okay. Wo sind denn die Bienen, die da drinne waren? Die habe ich dir wieder ins System gepackt. Ah, okay. Ich habe mich gewundert, was ich gestern gemacht habe. Ich hatte da keine Erinnerung dran und war so... Alter, warst du müde. Ne, ne, sorry. Ich habe gestern auf einmal Internetabbruch gehabt und dann habe ich nicht mehr gepackt, äh, das fertig zu kriegen. Ich glaube, das musste aber sein, sonst hätte ich noch länger heute gepackt, äh. Hätte ich es wahrscheinlich durchgemacht, wer es Internetabgeschmiert hat. Wie viel, ach, du hast ja hier alles voll. Ja, muss ich nochmal fertig machen. Das soll so hier ja aber nicht stehen bleiben, so. Ah. Soll hier quasi einmal von vorne bis hinten so ein dicker Hive durch. Ah, okay. Links um ein kleiner Weg und sowas. Mhm. Ja, deswegen, die werden noch umgestellt. Okay. Ja, ich habe mich so gewundert gerade. Ne, super. Perfekt. Dann laufe ich mal weiter zu Calvin. Jo, kein Ding. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Ah. Aight. 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 Ich hab dir Upgrades mitgebracht. Aight. Warte kurz. Das sind erstmal die ersten. Die nächsten kommen denk ich mal morgen. Ja, warte kurz. Die hab ich in der Quest bekommen. Super, dankeschön. Die kann ich gleich weiter verwursten. Oh Gott. Dann hab ich ihn zur Seite gepackt. Ja, man braucht von jeder Upgrade Stufe immer 4, damit man die nächste Upgrade Stufe bekommt. Und irgendwas wird halt unglaublich teuer. Äh, ja, ich hab früher seine Quest auch, ja. Johnny kann uns schon wieder nicht verstehen. Tja. Dann bedanke ich mich schon mal. Joa, bitte bitte. Äh, willst du gleich zwei andere wieder mitnehmen? Äh, ja, ist nicht so schlimm. Mach dir keinen Stress. Ja. Und? Ich hab ihn gesagt Dadleute gut. Die sind absolut interessant, das zu Ende zu schützen. Wie dieser Fahrt. Verweckt ihn wieder. Aah. Äh, wie war denn das? Das ist okay. Oh Gott. Ich hab mal nachgeguckt, was die... Ja, wie heißt das gleich noch? Die Spawn Eggs für die Bienen kosten. Da musst du ordentlich bezahlen. Was? Für die Spawn Eggs brauchst du auch diesen Dust. Und da brauchst du irgendwie... 120 oder so. Ja, aber danach hast du unendlich. Das ist ganz nett. Okay, viel Erfolg euch. Tschö. Tschö. So, dann haben wir dit auch erledigt. Und... Bis jetzt der Stream war nur, damit wir... Wat bauen können. Also. Wenn das hier runterfährt, das fährt dann direkt... Also. Wie heißt das gleich noch? Create. Entry Chefs und zwei von denen. Okay. Das ist unser So. Ich ziehe mal wieder die Brille aus und ziehe die ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. 4. 4. 5. 3. Okay. 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 Oh, jetzt ist alles richtig. Okay. 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 Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Weiß ich nicht. Also, ich fühle mich nüchtern. Gestern war eigentlich nichts los. Da habe ich nichts gemacht. Und was geht bei dir? Heute Morgen habe ich ein Problem festgestellt, was ein bisschen blöd ist. Deswegen muss ich jetzt hier einmal komplett alles umstrukturieren. Checkboard brauche. Check. Okay. Okay. Ja, ich habe festgestellt, dass nach jedem Neustart von dem Server musst du... Hier, wie heißt das? Äh, müssen die Motoren und die Pistons entfernt werden und neu gesetzt werden, damit die wieder arbeiten. Die Gantry-Shafts, die arbeiten so. Traurigerweise. Channel 10. Dann Kiefer. Dann Kiefer. Dann Kiefer. » Machen Sie nicht. « Äh, Schäfts, Gantry-Schäfts, die hier, die roten, die liefen ganz normal weiter. Ähm, nur halt, wie gesagt, die, ähm, anderen Sachen nicht. Wow, bitte. Okay. 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 Ja genau Alle Pisten Pistons hat es zu hauen Alle Pisten 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 Und Alle Pisten 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 Amen Alle Pisten Alle Pisten Pisten Alle Pisten Alle Pisten Amen Alle Pisten Alle Pisten Alle Pisten Amen Alle Pisten Amen 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 Jetzt hier erstmal auf. Eins, zwei, drei, vier. 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 Eins, zwei, 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 vier. Eins, drei, vier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, 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 oh. Äh, ja, ähm, dann hast du ein Problem. Äh, und zwar, äh, musst du die Hives ausleuchten. Sonst, äh, ziehen in die verdunkelten und leeren Hives dann, äh, Skeleton Bees und Zombie Bees ein. Aber die kann ich gebrauchen. Hier unten drin. Ja, ja, ich such grad'n Eingang. Ich such grad'n Eingang. Äh, ja, den findest, äh, findest, äh, äh, durchs Haus vorne durch und dann den Gang und hinten durch quasi. Okay. Bei mir bist du komplett unsichtbar. Äh, äh, äh. Vielen Dank. Der Burger Benchmark sagt mir, ich habe einen schlechten Finger. Ja, bei mir bist du unsichtbar. Ah ja, okay, moin. Ich klau dir mal die Skeleton Bees. Hier vorne ist auch eine drin. Ganz rechts. Oh, super. Oh. Äh, so. Ja, äh, du musst das hier ausleuchten. Also vier Bienen habe ich dir schon gemobst. Wofür kann man die denn gebrauchen? Knochen oder? Äh, zum einen Knochen, zum anderen, ähm, kannst du die noch zu anderen Sachen umwandeln. Ah, okay. Aber ich weiß gerade nicht, Moment. Aber die können nicht untereinander breeden, das heißt, man muss da ganz schön viele von finden. Hm. Ja, okay. Ja, also er noch ein Momentchen nicht ausgeleuchtet lassen sollte. Und ein paar Züge, äh, anziehen hier oder was? Lohnt sich. Äh, ja, lohnt sich's auf jeden Fall. Ähm, weil du kannst da Wizard Bees und so weiter draus machen. Oh, okay. Dann lasse ich hier noch einen Moment nicht ausgeleuchtet, weil momentan bin ich noch gerade dabei, das hier alles fertig zu bauen. Oh, okay. Ja, und ich drehe durch mit Create. Ich seh's im Hintergrund. Ich hab dann Züge noch offen so. Und dann drückt der Kleber die ganze Zeit so. Okay, ich glaub, das wär cool, wenn wir die Brücke einfach mitnehmen, oder? Oder wir einfach mal festkleben. Das ist, äh, also mein Problem ist, ich will natürlich, dass das nicht passiert und dass die Treppe hochfährt. Hm. Aber, oder runterfährt, aber das klappt nicht. Ja, ey, das ist, äh, ich wär schon 20 Mal durchgedreht, ey. Ja, ich glaub, ich muss auch gleich mal Feierabend machen, sonst werd ich echt bescheuert. Naja. Ja, ich fang dann immer an, irgendwas anderes dann schnell zu machen. Äh, und kümmere mich dann einen anderen Tag wieder darum, wenn ich dann wieder einen klaren Kopf hab. Ja, genau, das ist die Idee dahinter. Ähm, ja, aber... Ich muss halt, äh, morgen früh um halb sechs, sechs aufstehen und, ja... Ja, okay, das ist, äh, klingt ja noch nicht so hervorragend. Nee, genau, deswegen werd ich jetzt gleich Feierabend machen und dann bin ich morgen wieder am Start. Auch ganz entspannt. Genau. Alles klar, dann wünsche ich dir was. Danke, schönen Abend dir. Ciao. Gito. So. Ja, das guck ich mir morgen an, aber so funktioniert ja erstmal ein großer Teil. Und, ja. So. Ja, mal gucken. Was das noch so wird. Ja, das hier unten muss ich noch irgendwie anpassen. Dass das gestriggert wird. Weil, äh... Ja. Vielleicht. Also, das hier ist... Das ist über den hier getriggert worden. Das ist über den hier getriggert worden. Ja, das ist über den hier getriggert worden. Und, ja, das hier ist. Die Treppe soll fahren bis es der Treppe ist um, Pifa ist zur Seite, ja die darf der eigentlich auslösen. Die Treppe ist zur Seite, ja die Treppe ist zur Seite, ja die Treppe ist zur Seite, ja die Treppe, ok das passt, A und C, wie das hier ist, C, Kiefer, da kann es erst ausgehen, ja, das passt ja nicht, ja, Kiefer und Treppe, der triggert den. Das alles triggert den hier. Das kommt halt auch wenn der wieder runterfährt. Wenn ich dir jetzt fangen muss. Ja dann, und angelangt soll das auslösen, aber der löst halt auch aus, weil die anderen Sachen. Oh Gott. Das hier soll ja nur runterfahren, Trigger. 11 und 16, Kiefer unten, Treppe unten. Ja. 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 Das hier ist schließen. Das hier ist öffnen. Boah, da muss ich später drüber nachdenken, alter Schwede. Ja. Ja. Okay. Ähm. Ich mach jetzt Feierabend. Das hat mir doch den Kopf ein bisschen zu sehr zermörbt. Und ich muss morgen früh aufstehen, wie gerade eben schon gesagt. Ähm. Ja. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Einen ruhigen Abend noch. Und äh. Ganz viel Spannung, Spiel und Spaß. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Morgen hab ich kranken genass. Ich glaube, vormittags also wird das abends um 18, 18.30 dann schon was. Also. Ich wünsche euch was. Einen schönen Abend. Und auf Wiedersehen. Gute Nacht. Bis morgen. Ciao.